Weißt du, was ich dazu sag? Den sag ich hier dazu. Du bleibst drin. Bitte nicht. Das war Schmerz auf Ende. Hör auf. Nein. Ja, mein Handy ist ein bisschen schwerer als. Ey, wieso, Kapitän Träner schräg gestellt? Bei Mühe war der komplett gerade gewühlt. Minimal schräg. Wenn wir da sind, dann kommen wir ja los, oder? Ja, PBV ist vorbei. Alles hat nur noch auf die Frau gewartet, wie immer. Haha, los geht's. Wieso, man muss doch immer auf die Frauen warten, egal was das ist. Weil wir blockieren dir die Autobahn, gib Gast, Ben. Willst du vorher, wieso weh da jetzt? Nö, fahr mal, ich fahr wieder hinten. Du kannst rüberziehen, ich bin auf Nebenschwur. Naja, die anderen müssen ohne alle überholen. Ich geh auch auf Nebenschwur, die faulen Säcke. Ey, die lieben Menschen. Da war ein Schimpfwort, ein Euro. Nein. Wie? Früher warst du 50. Ich will jetzt hören, wie du einen echten Euro in eine Kasse legst. Wenn du keiner hast, dann such dir eine. Geh, geh, Bierdeckel? Oh, er muss mal mittelschritt anheben. Ja. Ich dachte, du bist dich da. Darf ich einen Bierdeckel in die Kasse tun? Ich geb dir deinen Bierdeckel. Hört sich an, wie ein Euro. Jetzt schief an, dass ich auch keinen Schraub sammeln. Scheiße. Hätte ich noch hier liegen. Mehr aber auch nicht. Plastikflasche. Bin ich vorbei? Ja, aber wir müssen sowieso auf der Spur. Ja, deswegen hab ich ja gefragt. So, dann ist ja Amira noch. Und dann kann ich meinen Gas nicht loslassen. Ja, im Grunde ist hinter mir. Würdest du hinter mir bleiben, oder bist du frei? Ja, fahr ruhig. Hier steht wieder einer. Hey, ich kenne, ich weiß deine Lex. Denk an meine Lex. Ja. Oh, Alter. Hast du einen Seitenstreifen? Das war knapp. Das wachsen ja. Ja, der war gehupt. Ja, ich hab so gehupt. Ja, ich war ein Kollege von mir. Hab ich fast mitgenommen. Scheiße. Bei dir sind immer alles Kollegen, was? Ja, natürlich. Nee. Zur Begrüßung wird erstmal der Rang. Vor mir stand der Chris. Ich wusste die Bremsen. Ja, wir sind zuerst da aus. Rüberziehen, weil ja der andere gerade rausgezogen ist hier, der da an der Seite stand. Ich kann nicht oft. Dein Cousin, ne? Ach, du? Ja, ja. Ja, der ist gerade hinter mir. Oder Manfred, deine Cousine. Manfred, Cousine, hä? Ah, ja, okay. Manfredine, wenn schon. Manfredine, ey. Komm mal von vorne, Achtung. Wie viel wart ihr? 60? Na, hier ist er jetzt. Hier, das ist der Drift-Tönig von... ...GTA... ...50. Hä? Von Euro-Trag-Simulator, nicht GTA 5. Ja, danke, du Depp. Danke, ich hätte schon Liebung. Mann. Ich war mal 60. Du hast ja voll so reingepallert, der Vogel. Ey. Na, dann zeig ich auch... Du darfst, wir sind doch euch. Okay. Der nicht gesehen hat, dass ich geblinkt habe, oder was? Du hast nichts auf Kamera, wenn der an mir vorbeifährt, oder, Chris? Wieso? Ja, wir fahren mal langsam, wir müssen nichts mehr links. Nö, nö, nö. Nö, nö, nö. Nö, nö, nö. 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 Hi, Philipp. Hallo, Philipp. Hallo, Philipp. Hallo. Moin. Hallo, Domi, grüß dich. Wo bist du denn hingefahren? Was ich... Das hab ich mit Absicht gemacht, jetzt, ne? Das hab ich mit Absicht gemacht. Nö, nö. Vorsicht, sei vorsichtig. Das ist Kamikaze. Vorsicht, schneller Überholer hier. Kamikaze, Überholer. Der kommt gerade. Nö, oder auch nicht. Ja, der sehe ich schon. Alter. Ey nicht, steh right mit, aber ich schulte sich. Will ich hier stand also allein? Schafft das nich! Ihr mischt die ab? Ich aber nicht. Ihr seid nicht jack-roben, wir alle. GORDON dışTER alles hier raus, jetzt ist Amira mal dran. Sollen wir hier warten, oder was? Ja, das habt ihr mir schon aufhängt. Ein Erfahrender konzentriert da. okay, 50. Fahr mit 50 weiter, Amira Lunar. nicht auf ihre kumpel du gar nicht die arbeit gefahren hatte angst ja der hat schon respekt gelassen können wir wieder schneller ja da fahr ich hab euch gleich da fahr ich schon mal wieder 60 noch fahren wir ja bis 50 ja jetzt schon 60 denkt an eurer licht anzumachen ab 16 also in 15 minuten im spiel ich fahre immer mit der licht an kommt wieder einer der fährt aber vernünftig wie es aussieht oh ehre hat lichthubbe gegeben wer hat denn nicht gesagt ich soll 60 fahren und kommt dann nicht hinterher ja du bist trotzdem der letzte mann ja du bist trotzdem der letzte mann ich tue mich jetzt nach salzburg porten wer tut dich wohin porten ich bin leicht übermüdet denn aber ich habe bett zähne putzen poland und lapp ins bett pick der pote war erst also nur zähne putzen ja bergab 65 das läuft doch also bei mir läuft noch irgendwas von dir sieht aus wie dein live stream ja das muss eine schwache video ausgabe läuft trotzdem noch weiter ich habe nur ein viertel von mir auf so dass ich eben noch ein bisschen was vom stream sehe also vom wild und dann nimm den chat das soll ich nach vorne das soll ich nach vorne oder wollt ihr mit 60 weiterfahren 50 40 kilometer leider wird zeit ja meine bremsen sind nicht so gut wie deine nein ich bin bei gelb noch gefangen wir können ja eigentlich auch stream jens heute noch nein der macht doch gleich die aus der letzte tour für uns beide links drüber und er streamt ja jetzt gerade auch ich streame eigentlich schon die ganzen tage ich streame eigentlich immer meine idee ist jetzt erstmal ja ich hab ja auch wieder angefangen ja ich weiß nicht so zufrieden macht das doch fahrt ihr die erste ausfahrt runter oder hat jemand anders fahrt ihr die erste ausfahrt jetzt schon wieder runter oder weil ich hab das ja ok also ich muss hier vorne runter ja hast du jetzt gesagt amira er meint jemand anders wer tim ja punkt 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 streamt macht klick klack er hat doch jens gestremen ja jens gestremen ja stream jens heute noch ja und dann hat er doch irgendwas geschrieben bei mir nicht ich hab vorgelesen stream jens heute noch das letzte bei mir im chat oder seht ihr wieder mehr als irgendwie letztes mal wo ihr alle gesagt habt da schreiben welche und ich hab überhaupt nichts gesehen dann hab ich mich schon verhört ja also ich bin jetzt nur bloß äh 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 ich hab was du vorgelesen hast na dann hab ich mich verhört verhört? verlesen? ne ich hab ja ge... uch ach nö ach was ich stecke ein paar Wungen fest nix time schon okay ne pausemenü oh unser kurzverziel wir müssen wir müssen ganz schnell weg hier ist ein rambo aus welcher richtung kommt mir rein? äh keine ahnung ich glaub ich ich glaube ja von links oben nö bei mir startet ets ja ja ich hab doch gleich gesteckencil ob auf bases haus und nö ja gut ja ich bin grad auf irgendeiner blödes tasse Instagram Fenerти aufgegangen und dann posse ma hab ich Просто nicht Ich habe mich nicht so geschickt, was du damit wolltest. Hm, jetzt weiß ich aber was. Los, warum stehst du denn wirklich quer? Ich habe mich nicht quer gestellt. Dein LKW stand da aber auf der anderen Seite von der Straße. Ja, ich bin nur ausgewichen. Ach so. Sonst hätte der Bremsweg nicht mehr ausgereicht. Ja, das kenne ich. Ich glaube, jetzt müssen wir mit Augen auf der Autobahn aufwenden. Aber ich habe eigentlich gute Eingestellte. Ich bin schon noch gar nicht drin. Oh, noch ein Ton. Ich hätte Level Up wieder. So, ich stelle mich jetzt, wenn ich hier rausfahre, direkt aus dem Park. Dann bin ich weg bis... Oh! Alter! Pass mal auf, Junge. Ja, wer kommt aus der Auffassung? Ich war auf meiner Seite. Ja, ich, ich, äh, so halb auf. Bitte. Ich, äh, so halb auf. Und an den Resten. Gute Nacht. Bis morgen. Danke fürs reinschauen. Ja, ja, Mike, geh jetzt im Bett. Tschüss! Ach, Mike, jetzt wo... Jetzt wo im Bett beschreibt, Mike. Auf, auf, ins Bett. Außerdem, Mike, nutze deine Info, morgen ich arbeite nicht muss. Blabla. Wenn ich aufstehe, bist du schon auf Arbeit. Ich wollte gerade meinen Finger runterklicken auf Stream stoppen. Da sehe ich noch, dass Mike schreit. Wenn du morgen noch schläfst, bin ich schon lange in der Schule. Ja, um 8 Uhr klingelt man mal weg. Ja, wenn ich früher wach bin, bleibe ich auch gleich wach. Grüße an die anderen Penner. Ey, wir haben Regeln jetzt. Keine Schimpfwörter mehr, ne? Das macht 1 Euro. Nein, Mike verdient, der bezahlt 10 Euro. Achso, weil... Okay, Mike verdient Geld, der bezahlt 10 Euro. Ich bin weg. Ciao. Ciao, ciao. Bis morgen. Tschüss. Also, tschüss aus dem Chat. Und du auch, Moby Dick. So, das war das letzte Wort. Moby Dick. Aha. 1 Euro schreibt Tim immer noch. Ich kann immer noch den Chat, da könnte man noch drinnen schreiben. und lesen noch ist nicht alles aus wenn pleite schreibt mike alles ausreden gute nacht schreibt er gute nacht ich werde dann jetzt auch mal ausmachen ist doch gerade das gekommen die schreibt aber auch bei die schreibt er die schreibt er die schreibt er